Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 4.3 Wisst ihr Bescheid? Jo, wir waren hier stehen geblieben und drücken mal auf Enter und fortfahren. Er versucht uns aus der Mutter zu halten, aber er hat uns geblieben. Wtf. Hm, warte, da kommt noch was. Ah! Abschnitt 2 Slums. Ok, keine Waffen mehr? Ne, wir wurden hier gerade runtergeführt. Gut, ja, das passiert mir öfters. Ich hab jemanden schreit gehört. Na, muss irgendwo hier unten sein. Müssen hier unten runter. Ja, zack. Tja, ist schon nett. Hier nur auf der Kanal-Situation. Hm. Was machst du? Nichts, guck doch nach vorne. Du verpasst das meiste. Quatsch. Hallo, ich bin hier. Hey. Hey. Ich bin hier. Du neben mir nicht. Die Lichteffekte sehen geil aus hier, würde ich mir so sagen. Wenn du hier hochguckst, Vöcker. So. Ne, hier geht's nicht weiter. Nur da lang. Für Seelenband. Okay, ich hab ne Waffe. Damit fühlt man sich schon mal sicherer. Die sind nur bei Spinnnetze. Ich hab mich nie unsicher gefühlt. Ich hab ja noch meine komische Magie. Es geht. War das mal ein Friedhof? Ich glaub, das war ein kleines Haus hier. Ich fühl mich da irgendwie nie so richtig scared von. Vor allem, wenn man mit ner Waffe, mit ner Knarre durch die Hand rumläuft. Ja, gleich wusste auch. Ich war doch viel schneller mit der Reaktion, Alter. Ich hab das schon geklickt. Arschlöcher. Ja, 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 ja. Ja, das bist ja du. Ne, doch nicht. Heilige Scheiße, Mann. Das sah lustig aus. Ich mach da auch mehr so ein Trash-Game draus jetzt. Das ist ganz witzig. Guck mal, wer da sitzt. Wo denn? Oh, ein Mädchen. Jetzt nicht mehr. Teleport! Wow. Äh. Ah, hier hinten kann man ne Seele ernten. Hab doch gesagt, ich komm in die Hölle. Geh'n wir weiter, ne? Ja. Ich, wie gesagt, ich, 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 ich weiß nicht, also, es ist schon, es ist gruselig, ja. Und im Einzelspiel, da wär's sicherlich auch gruselig. Also, Multiplayer verliert das irgendwie alles. Ja, ich glaub auch, dass... Oh, hier sind Blutspuren. Wo denn? Hätt jemand da... Hey, 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 hey. Hey. Wie hast du auf einmal schreit? Hm. Ich kann irgendwas mit dir machen. Nee, 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 nee. Nee, hm. Oh, so, hey. Ach du Scheiße. Hubschrauber! Nein. Das ist jetzt weg. Ich weiß. Ja, irgendwie sieht das hier alles gleich aus, oder? Ja, irgendwie schon. Lade, speichern. Nee, hier geh' ich wieder runter, da oben sind die Daten. Ja, dann lass mich vor. Nee, lass ich Fips vorgehen. War's das? War's das? Nee, nee, da oben ist noch. Ich sehe den auch nicht. Ach da. Scheiße. Scheiße, der ist. Ganz schön hartnäckig. Ich... Ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Wo ist der denn? Der ist tot. Tot. Da drin ist noch einer. Was ist der ja? Was kriegt hier unter den Tisch? Was? Ja, ich... 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 Geil. Ja, ja. Ist schon... Witzig. So, ich habe noch meine Pumkan. Muss man eben... Au. Oh, das mit... Mit den Kopf... Kopfhörern geht nicht lange klar, ey. Komm raus dann. Ja. Ich muss noch mal meinen Kopfhörer richten. Hm. Ach. Deckung. Komm schon. Ach, Scheiße. Was denn? Kannst du mir mal kurz helfen? Was hast du? Eine Maus. Fast tot. Ja, ich auch. Nein, ich bin wirklich fast tot. Ich liege schon. Ach so. Komm hier eh. Genau. So, komm zurück, mein Freund. Du schaffst das. Die schaffen es nicht hier. Da kann ich dir garantieren. Hinter dir. Ach. Ja. So, gibt es hier noch irgendwas? Ein Panzer? Ein Panzer. Äh, nein. Jesus. Nein, Maria. Was? Sorry. Hat dich verwechselt. Helikopter. Willst du dir die einzige Weg, um zu erlangen? Geh mal hoch. Jupp. Ich folge dir, mein Bruder. Wie er einfach mal einen Weg schnetzelt. Der Sniper. Willst du dir helfen? Oh, nee. Erstmal nicht. Mal gucken, wie es wird. Grenade. Oh. Bei uns auch. Warte, da unten ist einer. Warte, da unten ist einer, der den Weg machen. Zack. All call signs fall back to rally port Charlie and hope for men's support. Ähm. Wo? Was denn, wo denn, was denn? So. Geht's da weiter? I don't know. Gesperrt. Achso. Hier ist noch Munition. Ja, ich brauche aber nicht so viel Munition, deswegen, also, ich komme eigentlich ganz gut hin. Es ist schon sehr viel Munition. Ich will vor allem ein Gegner vor mir spawnen. Und die Tür auf Blitch, wow. Scheiße, man. So, gehen wir weiter. Wie wir einfach mal alle wegschnitzeln hier. Irgendwann, das ist... Hm. Na ja, wo müssen wir lang? Hier ins Haus. Ach, da oben, okay. Hier Runde. Ich nicht. Nein, hier hoch geht's nicht, also müssen wir hier lang. Was ist das denn? Ah, eine Granate. Kann ich nicht mitnehmen. Egal. Hier runter, oder? Ja, genau. Special Force Defense. Was? Bohnen. Und Fernseher. Kaputt. Man. Jetzt wollte ich gerade, äh... Lief eh nur scheiße. Warte, nein, ich kann nicht. Hm. Shit. Was nehme ich eigentlich gerade auf? 1080p? Ich weiß es gar nicht. Was sind die denn? Ich seh's auch nicht. Ach, da hinter uns. Oh. Hörst du nicht mehr. Ja. Da ist ein Radio. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir haben ein Hostile Target. Oh klar. Wahrscheinlich hier, wo er gerade rausgekommen ist. So, dann gehen wir da runter. Ist noch gemetzelt hier. Gibt's hier irgendwas? Fernseher, kaputt. Matratze, kaputt. Tür, kaputt. Hey. Dann machen sie gleich das Fenster. Du denkst mit, mein Freund. Moment. Äh... Keine Ahnung. So. Mal nachgeladen. Hast du alles? Ja, ich hab alles. Mal auf andere Spieler. Also noch mehr Miniz... Wie viel Munition bekommt man hier denn? genug. Das ist ja krass. Ich platze. Augenblick. Oh. Du bist geplatzt. Lul. Weiße, Mann. Hööö. Sorry. Und noch ein Helikopter. Alter. Ein Tank. Oh, scheiße, Mann. Gib mir ein paar Coverfeier. Boah, ich bin tot, Mann. Loll. Ja, wir haben zwölf und ein halb Minuten. Ja, gut. Da kann man, äh, Dings machen. Warte, wir machen noch einen Kontrollpunkt und laden. Halt unbedingt G gedrückt, um meine Granate abzukrochen, bevor du sie wirfst. Ah ja, okay. Hier sind wir ja gleich wieder. Äh, wie macht man den denn am besten da? Scheiße, Mann. Deckung. Okay. Er liegt. Wow. Ja, ich hau hier gerade schon drauf, Mann. Ist er down? Ne. Jetzt gleich. Ja, mach ich ja. Jetzt ist er down, oder? Nehmen wir noch nicht. Jetzt. Hab ihn down bekommen. Oh, scheiße, Mann. Ich bin fast tot. Ist er nicht tot? Hier oben ist, glaube ich, hier ist ein Raketenwerfer. Ja, toll. Kann ich gegen meine Pumpkin jetzt austauschen. Halt auf. Ja, die machen mir nix. So, warte mal hier. Jetzt machen wir mal richtig. Können wir das Ding auch down? Nö. Was wollt ihr denn? Komm weiter, hebt ihr die Munition auf. Der Quatsch, da liegt noch welche. So. Äh, ich würde aber eigentlich gern, äh, wieder mal auf meine alte Waffe wechseln. Dankeschön. Pause machen, meinst du? Ne, ne, ähm. Äh, äh. Ja, gut, wir machen eine Pause. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, da. Bye. Ja, und tschüss. 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 Vielen Dank.